Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir möchten erst mal ein bisschen langsam vorangehen. Aha, Moment. So, wir filmen jetzt mal den Weg. Schönes Ding. Alle drei geklaut. So, ihr seid Team 3. Nicht auf aggressiv. Jawoll, macht ihn kaputt. So. Weiß nicht, ob er mich jetzt irgendwo hinlockt. Ich hoffe aber nicht. So. So, ein Stück vorwärts. Baust dich mal mit auf. Schön, dass wir noch mal drei Elefanten klauen konnten. Das verstärkt unsere Armeen zumindest mal ein bisschen. Wie viele seine Heini da macht, ne? Schon echter Kracher. Pfff, puh, 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 puh. Das wird jetzt ein bisschen knapp das Ganze. So, jetzt müsste ich eigentlich erstmal das links kaputt machen. Oder? So, stehen bleiben. So, stehen bleiben. Warum auch immer ihr da schon wieder hingeht, stehen bleiben. Dann machen wir erstmal das oben kaputt. ... ... So. ... Das dreht nicht mit meinen Elefanten an. So, danke. So, das wird jetzt alles ganz langsam weggemacht. Wenn das Ding fällt, dann werden wir das da einreißen, dann werden wir die angreifen. Alles nach und nach. So, ihr müsst schon mal nachkommen. So, weg mit euch. Nein, bleibst auf der Seite. Was denn daran so schnell zu verstehen? Wie viele Burgen sie uns auch hier in den Weg gestellt haben. Ich bin der Meinung, wir müssen mit denen hier irgendwas machen. Aber ich habe keine Lust. Zwei Fronten hier alles irgendwie verteidigen. Wahrscheinlich sollten wir das wirklich machen. Hier verteidigen und mit denen angreifen. Weil hier gar nichts passiert. Ich habe gedacht, wir müssten zwei Sachen gleichzeitig verteidigen. Was machst du da? So. So. Fall zusammen. So, wir können schon mal darauf angreifen. So, bevor wir irgendwas machen, können wir erst alles zerstören. So, was war das? Und wo war das? Ach, hat er hier einen Schuss abgekriegt von meiner Kanone? Kann das sein? Gut. Gut, 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 gut. Ich kann auch nicht schicken. Das ist egal. Sehr gut. Sehr gut. Ah, dauert noch ein bisschen. So, der wird immer wieder schnell geheilt. Ah, das ist ärgerlich. Wir machen ein bisschen schneller hier jetzt. Also, das ist kein Riesergerät. Das ist eigentlich ein bisschen. Aha. Ah, nein. So. So, Angriff. Ah, stimmt, verfehlt. Ah, jetzt bist du langsam zum Weglaufen, ne? Sehr gut. So, wieder schneller machen. Schießt ihr eigentlich gleich schnell? Ne, ich kann nur noch ein bisschen schneller. So. So. So, jetzt ist keiner hier. Ja, tun wir. So gut wir können. Perfekt. So, abbauen. Es ist unbeständig. Alles erscheint und verschwindet. Es gibt keinen seligen Frieden. Bevor man nicht die Pein von Tod und Leben hinter sich lässt. Meine Reise ist noch nicht zu Ende. Ich werde zu einem weiteren Dürmer gehen und über die edlen Wahrheiten nachgehen. Die Männer werden euch auf eurer Reise beschützen, Vater. Welche Männer? Ich habe nur drei. Ich sehe keine Hilfe. Okay, dann waren die Mönche wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon da. Oh, jetzt kräft ihr hier an der Ort. Okay. Na toll. Okay. 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 Welche Männer? Von welchen Leuten redet er? Naja. So, Team 2 ist wieder komplett. Gut. So, nochmal klatschen. Gut, 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 gut. Dann können wir jetzt langsam weiter marschieren. Ich mach mal erstmal so. So, gucken wir nochmal, was sind wir noch so erwartet jetzt. Der hat definitiv die größte Reichweite. Oh nein. Los, los, los. Los, los, los. Aha, da sind auch wieder Gegner. Ja, 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 low life. So. Wirst du wohl das lassen? So. Machen wir den erstmal kaputt. Ich möchte gar nicht so weit vorlaufen. Aber euch kann ich kriegen. Wenn hier jetzt nicht irgendwas zu überraschen ist, das ist. Nein. Oh, komm. Was soll meine Sachen in Ruhe, du blöd Mann? Glaub ich jetzt ja nicht. Glaub ich jetzt ja nicht. Okay. So, was ist das da? Kriegshafen schon wieder. Toll, jetzt hab ich selbst mal einen Kanonierfahren. Oh, sie greifen uns wirklich an. Wow. So, alle, alle hier runter. Ich darf nicht so nah am Wasser sein, ich darf nirgends so sein. Gut, er lebt noch. So, hier machen wir kurz Rast. So, wir können noch mal kurz heilen, hier alle. Dann möchte ich eigentlich hier unten erstmal gucken, was wir da haben, bevor wir jetzt hier auf Rollos stürmen. Oh nein, oh nein. Das müssen ja wieder mich ankommen. So, ich mach sie einfach fertig. Gut. So, das muss wieder gleich fallen. Ah, hier ist noch ein Turm. Ah, ich weiß nicht. So, ich mach jetzt zwei, sammeln sie erstmal hier in der Mitte. So, wenn das Ding fällt, hol ich mir die beiden. Vielleicht sind da auch vier, ich weiß es nicht. So, muss ich beschleunigen. Ah, solche Mission muss ich echt verlangsamen, sonst habe ich keine Chance. Stell dir mal vor, das wird die ganze Zeit schneller laufen. Ich könnte gar nicht reagieren. Oder zu langsam und dann hätte ich noch mehr verloren. So, Angriff. So, du abbauen. Ich wette, die würden mich sonst von hinten angreifen. Nein, nein. Ach, komm. Oh, wow. Er hat's überlebt. Du auch. Oh, wow. Das muss jetzt passieren, ne? Dass er jetzt mit Katapulten kommt. Ah, was machst du da vorne noch? So, wieder schnell. Elefanten. Da hin. So, hier macht sie fertig. Oh, wow. So. Lasst euch nochmal kurz heilen. Dann werde ich hier unten nochmal ein bisschen suchen. Ich habe so wenig Einheiten. Den kann ich mir nochmal wieder klauen, aber... Ach, warte mal, der hat sogar eine Beliste. Hätte ich davon auch mal einen. Ist zwar nicht so geil, aber... Besser als gar nichts. Okay, da ist nichts. So. Ich habe hier Pferde. Das ist wahrscheinlich nur ein Stall oder so. Das ist doch meine eigenen. Kann auch sein. Gut, dann kommt von hier aus schon mal nichts mehr. So. So, komm. Komm mal. Kommt wieder einer. Oder nicht? Na gut, dann halt nicht. Ich dachte, er will mich jetzt angreifen. Scheinbar der Angst. So. Einen einzelnen kann ich noch bestehen. Na los, bleib hier. Danke. So. Bevor wir hier wieder angreifen, werden wir den Part bänden. Na ja, wir bleiben hier. Ähm, ja. Den Part bänden und sehen uns dann beim nächsten Mal. Ah, warte. Den Angriff machen wir noch. So. Ja, durch den Elefanten ist er noch nicht mal eben so durchkommen. Gut, dann machen wir hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal reißen wir das da ein. Gucken mal, ob wir irgendwie noch mehr Fleck-Krimine-Elefanten ja sogar. Das wäre doch nice. Gut, wir werden hier und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.